Durch die Eruption sind aus dem Urschlamm von Jahrmillionen gigantische Monster erwacht und versetzen die Menschheit in Angst und Schrecken. Hilfe! Chaos wird uns doch alle umbringen. Zurück, Männer! Zurück! Guck mal, fad! Lauf doch nicht einfach! Soll es mich vielleicht so nachdenken? Ihr müsst sofort die Bodenstation benachrichtigen. Aber selbst die modernsten Waffen der Zivilisation erweisen sich als wirkungslos. Ganz Japan steht vor einer Katastrophe. Hör zu, Aichi, du musst jetzt ganz genau erzählen, was du gesehen hast. Na, ich hab doch vorhin schon gesagt. Naja, dass Chaos immer nur an der Nacht rauskommt. Bist du ganz sicher, Aichi? Wenn das wirklich so ist, wenn der Junge das richtig beobachtet hat, ist diese Aussage von immenser Wichtigkeit für uns. Bliebe nur noch die Bedrohung durch Gamera. Wieso denn? Wieso denn? Gamera ist nicht böse. Gamera ist mein Freund. Wird der naive Glaube eines kleinen Jungen ganz Japan vor Zerstörung und Chaos bewahren? Ein Kampf furchterregender Giganten, wie er im Film bisher noch nicht gezeigt wurde. Wieso denn? Ein faszinierender Film, voller Fantasie, voller Spannung und Arme.